Der Begriff Reichstag bezeichnet ursprünglich die Versammlung der Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches, die neben dem König bzw. Kaiser stehende Körperschaft entwickelte sich seit dem 12. Jahrhundert aus den formlosen Hofdagen und wurde 1495 mittels eines Vertrages zwischen dem Kaiser und den Ständen zu einer festen Institution der Reichsverfassung. Der Reichstag wurde bis zum 16. Jahrhundert in unregelmäßigen Abständen jeweils in eine Bischofs- oder Reichsstadt einberufen und war das maßgebliche Gegengewicht der Stände gegenüber der kaiserlichen Zentralgewalt. Ab 1663 tagte der immerwährende Reichstag als ständiger Gesandtenkongress in Regensburg. Geschichte Die Reichstage waren ursprünglich eine Art Herrschau, bei der der König seine Adligen und deren Gefolgsleute musterte. Diese Reichsversammlungen wurden bereits in den frühen Zeiten des Frankenreiches abgehalten und fanden jeweils im März, später im Mai, also vor den Kriegszügen des anschließenden Sommers, statt. Während der Sachsenkriege Karls des Großen fand 777 in Paderborn erstmals eine Reichsversammlung statt. Der Reichstag zu Worms prägte die Entwicklung des Reichs maßgeblich. Neben greifbaren Ergebnissen wie dem Landfrieden, der Einführung des Reichskammergerichts und des gemeinen Pfennigs waren die nicht festgehaltenen und nicht so greifbaren Ergebnisse dieses Reichstags enorm wichtig. Der Reichstag als Begriff und Institution wurde nachhaltig geprägt. Der deutsche König Maximilian I. akzeptierte die Wandlung der Institution Hoftag zum Reichstag als einflussreichem politischen Instrument. Institutionalisierung und Rechtsstaatlichkeit wurden vorangetrieben, wodurch die Staatsbildung gefördert wurde. Die nachfolgenden Reichstage in Lindau und Freiburg scheiterten aber bei dem Versuch, die noch strittigen Punkte der in Worms beschlossenen Reichsreform zu klären. Der Reichstag tat bis 1663 etwa 40 bis 45 Mal zusammen und konnte einige Wochen, aber auch mehrere Monate dauern. Er begann zumindest in seiner nicht permanenten Zeit neben zeremoniellen Akten mit der Verlesung der kaiserlichen Proposition, der vom Kaiser vorab festgelegten Tagesordnung im Reichsrat und endete mit der Verlesung und Beurkundung der Beschlüsse des Reichstages, dem Reichsabschied. Auf dem Reichstag zu Augsburg wurde zur Durchführung der Reichsexekution gegen Landfriedensbrecher wie auch zur Vollstreckung der Reichskammergericht zur Teile eine Reichsexekutionsordnung geschaffen. Das Reich wurde hierzu in sechs später zehn über territoriale Verwaltungseinheiten geordnet. Der Reichstag von Trier, Köln bestätigte und ergänzte 1512 die Reichsexekutionsordnung. Der Reichstag zu Worms war Ruar, mit der Causa Lutherii befasst. In der Folge kam es zur Verabschiedung des Wormser Edikts, in dem über Martin Luther die Reichsacht verhängt wurde. Auf dem Reichstag zu Augsburg wurde am 25. Juni die Augsburger Konfession dem Kaiser überreicht. Das Gesetzeswerk Constitutio Criminalis Carolina ebenfalls in Augsburg beschlossen und zwei Jahre später am 27. Juli 1532 auf dem Reichstag in Regensburg ratifiziert. Die Reichstage zu Speyer 1542 und 1544 bewilligten dem Kaiser Hilfen für eine Offensive gegen die Osmanen. Auf dem geharnischten Reichstag scheiterte Kaiser Karl V. mit seinen Plänen zur Niederwerfung des Luthertums und zur Aufrichtung einer starken kaiserlichen Macht in Deutschland. Seit 1567 fanden die Reichstage mit zwei Ausnahmen in Regensburg statt. Der letzte Reichsabschied war dabei der jüngste Reichsabschied aus dem Jahre 1653-54. Dieser Reichstag in Regensburg hatte die Aufgabe, die bei den Friedensverhandlungen von 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges nicht behandelten Themen zu beraten. Hauptartikel Die Permanenz des immerwährenden Reichstags nach 1663 wurde nie formell beschlossen, war aber in den Beschlüssen des Westfälischen Friedens angelegt und entwickelte sich allmählich aus diesem. Dieser in Regensburg tagende Reichstag wurde aber nie zu einem Parlament oder einer ständischen Volksvertretung. Stattdessen blieb er immer die Vertretungsinstitution der Reichsstände. Da er ununterbrochen tagte, entwickelte er sich allerdings recht schnell zu einem reinen Gesandtenkongress, auf dem die Inhaber der reichsständischen Territorien selbst nur noch relativ selten erschienen. Als die in Europa im Jahr 1713 ausgebrochene Pest auch Regensburg erfasste, wurde der immerwährende Reichstag in den Jahren 1713 und 1714 vorübergehend in Augsburg abgehalten. Eine zweite Sondersituation ergab sich von 1742 bis 1745, als der österreichische Erbfolgekrieg die Verlegung der Sitzungen nach Frankfurt am Main auslöste. An seiner Sitzung am 25. Februar 1803 billigte der ständige Reichstag in Regensburg den ausgehandelten Reichsdeputationshauptschluss, der zu seinen tiefgreifendsten Beschlüssen zählt und den fortschreitenden Niedergang des Heiligen Römischen Reichs während der ersten drei Napoleonischen Kriege besiegelte. Der Reichstag existierte noch bis zur Auflösung des Reichs 1806. Die Bezeichnung Reichstag trugen nach 1866 auch das Parlament des Norddeutschen Bundes und ab 1871 Dekasekunden Parlament des Deutschen Reiches sowie ab 1867 das Parlament des Königreichs Ungarn in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Zusammensetzung und Organisation Seit 1489 umfasste der Reichstag drei Kollegien, Kurfürstenrat. Er stand unter Führung des Kurröskanzlers der Immer der Erzbischof von Mainz war. Die Zahl der Kurfürsten betrug seit 1356 aufgrund der Bestimmungen der Goldenen Bohle 7, wurde 1648 auf 8 und 1692 auf 9 erweitert. 1777 sank sie durch Vereinigung zweier Kurfürstentümer wieder auf 8, eine durch die linksrheinischen Territorialverluste des Reichs zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte. Ihre grundlegende Umgestaltung hatte wegen ihrer Kurzlebigkeit keine Auswirkung mehr. Reichsfürstenrat Ihm gehörten die übrigen weltlichen Reichsfürsten und die geistlichen Fürsten sowie die Reichsgrafen, Reichsfreiherren und Reichsprelaten an. Die Führung wechselte zwischen dem Erzbischof von Salzburg und dem Erzherzog von Österreich. Um 1800 hatte das Reichsfürstenkollegium 100 Sitze, die sich auf eine geistliche und eine weltliche Bank verteilten. Neben den sogenannten Virilstimmen, die von einzelnen Reichsfürsten geführt wurden, gab es zwei geistliche und vier weltliche Nkoriatstimmen, die sich jeweils mehrere Grafen oder Prelaten teilten. Städterrat Er stand unter dem Direktorium der gastgebenden Stadt des Reichstags seit 1594 immer Regensburg und umfasste 51 Sitze für die Reichsstädte, die sich in eine rheinische und eine schwäbische Bank gliederten. Der Reichstag durfte nur vom Kaiser einberufen werden, der aber seit der Wahlkapitulation Karlsv. aus dem Jahre 1519 verpflichtet war, vor Versendung der Ausschreiben genannten Einladungsschreiben die Kurfürsten um Zustimmung zu bitten. Der Kaiser hatte ebenfalls das Recht, die Tagesordnung festzulegen. Dabei hatte er aber nur einen geringen Einfluss auf die tatsächlich diskutierten Themen. Da der immerwährende Reichstag seit 1663 nicht formell beendet wurde, konnten seine Beschlüsse auch nicht als Reichsabschied erarbeitet werden. Die Beschlüsse wurden deshalb in Form sogenannter Reichsschlüssen niedergelegt. Die Ratifizierung dieser Beschlüsse wurde meist durch den Prinzipalkommissar, den Vertreter des Kaisers beim Reichstag, in Form eines kaiserlichen Kommissionsdikrets durchgeführt. Die Reichsabschiede und Reichsschlüsse behandelten eine große Bandbreite von Themen, bei denen es zu einem Konsens zwischen dem Kaiser und den verschiedenen Ständen kommen musste. So wurden Fragen des Auf- und Ausbaus der Regierung, Verwaltung, Justiz und des Militärs auf Reichsebene behandelt. Weiterhin wurden Themen behandelt wie die Erhaltung und Wiederherstellung des Landfriedens, die Regelung des friedlichen Nebeneinanders der verschiedenen christlichen Konfessionen, die Erklärung von Krieg und Frieden, die Finanzierung von Reichsinstitutionen und Reichsunternehmungen und die Gestaltung der Wirtschaft im Reich. Die Entscheidungen wurden in einem langwierigen und komplizierten Entscheidungs- und Beratungsverfahren getroffen. Wenn durch mehrheits- oder einstimmigen Beschlussentscheidungen in den jeweiligen Ständeräte getroffen waren, wurden die Beratungsergebnisse ausgetauscht und versucht, dem Kaiser einen gemeinsamen Beschluss der Reichsstände vorzulegen. Wichtig waren dabei die Entscheidungen des Kurfürsten- und Reichsfürstenrates. Das Votum des Reichsstädterrates war meist von untergeordneter Bedeutung, wenn es überhaupt zur Kenntnis genommen wurde. Die Beratungen selbst fanden in nach den Kollegien getrennten Räumlichkeiten statt. Bei diesen Beratungen galt normalerweise im Gegensatz zum Gesamtgremium das Mehrheitsprinzip. Aufgrund der immer schwerer werdenden Entscheidungsprozesse wurde auch versucht, die Entscheidung mittels verschiedener Ausschüsse zu erleichtern. In diese Ausschüsse wurden meist Fachleute und Gesandte der Reichsstände entsandt. Daraus entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert eine Elite von Fachleuten und Politikern, die besonders vertraut waren mit den auf den Reichstagen behandelten Themen und Reichsangelegenheiten und über alle Stände hinweg ansehen genossen. Nach der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg bildeten sich in Folge der Glaubensspaltung im Jahre 1653 die Kasekunden Corpus Evangelicorum und später das Corpus Catholicorum. Diese versammelten die Reichsstände der beiden Konfessionen und berieten getrennt die Reichsangelegenheiten. Der westfälische Frieden bestimmte nämlich das in Religionsangelegenheiten, aber auch auf anderen politischen Gebieten nicht mehr das Mehrheitsprinzip, sondern das Konsensprinzip gelten sollte. Die Überlieferung der Reichstage vermitteln die Reichstagsakten, welche seit 1858 auf Anregung von Leopold von Ranke von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben werden. Siehe auch, Hoftag, Liste der Hof- und Reichstage. Liste der Hof- und Reichsheisen-Adrichtung im Amen. Untertitelung des ZDF, 2020